Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Sprachify, präsentiert von einer der qualifiziertesten Übersetzungsschmieden weltweit. Niemand weiß genau, wo es herkommt oder welcher Verschwörungstheorien-Schmiede dieses Ungetier entflohen sein worden gewesen werden mag. Aber keine Sorge, wir übersetzen durch zig Sprachen des Google Translators und schauen mal, was dabei so rumkommt. Viel Spaß! Sie schnitt es in hartes Brot. Es gibt keinen Grund in unseren Händen. Schneiden Sie Applaus, Applaus, Applaus! Flink laufen die Räder und drehen den Stein, klippklapp, und mahlen den Weizen zu Mehl und zu fein, klippklapp. Der Bäcker dann Zwieback und Kuchen draus bäckt, der immer den Kindern besonders gut schmeckt, klippklapp, klippklapp, klippklapp. Schnell das Rad drehen und den Stein drehen. Steine in deinem Gesicht! Schneiden Sie den Mais, um uns gutes Essen zu geben. Steine in deinem Gesicht! Dann Schüttenbäckerkekse und Kuchen. Es ist immer perfekt für Kinder. Schneiden Sie Applaus, Applaus, Applaus! Wenn reichliche Körner das Ackerfeld trägt, klippklapp. Die Mühle dann flink ihre Räder bewegt, klippklapp. Und schenkt uns der Himmel nur immer da Brot, so sind wir geborgen und leiden nicht Not. Klippklapp, klippklapp, klippklapp. Wenn reiche Getreideprodukte ankommen, Steine in deinem Gesicht! Fabrikschnell bewegliches Rad, Steine in deinem Gesicht! Wenn der Himmel uns Brot gibt, wir sind sicher und gesund! Schneiden Sie Applaus, Applaus, Applaus! Ja! Hallo! Ja! Ja!